Der Nahost-Konflikt schlägt sich jetzt verstärkt auch auf den Fußball nieder. Palästinenser in der Westbank und Gaza demonstrieren für den Ausschluss Israels aus der FIFA. Auf dem nächsten Kongress des Weltverbandes am 29. Mai will der Fußballverband Palästinas einen entsprechenden Antrag stellen. Wir müssen das israelische Komitee zwingen, den palästinensischen Fußballverband mit allen Rechten anzuerkennen. Außerdem fordern wir Herrn Blatter dazu auf, Israel zu zwingen, die Bewegungsfreiheit in der palästinensischen Sportfamilie von Süden nach Norden und andersherum von innen nach außen zu ermöglichen. Die Palästinenser begründen ihren Ausschlussantrag mit einer langen Liste israelischer Verstöße gegen das FIFA-Reglement. So sei zum Beispiel kaum ein gemeinsames Training von Nationalspielern aus dem Westjordanland und dem Gazastreifen möglich. Zudem werde Rassismus gegenüber arabischen Spielern in Israel nicht geahndet. Für Sepp Blatter kommt dieser neue Konflikt zur Unzeit. Er steht in Zürich vor seiner Wiederwahl und kann keine Störfeuer gebrauchen. Deshalb reiste der FIFA-Präsident in den Nahen Osten, um zu vermitteln. Fußball hat heutzutage eine so starke Struktur, die wir für den Frieden nutzen sollten, nicht für den Krieg. Fußball soll die Menschen verbinden, nicht trennen. Die Vorwürfe der Palästinenser sind nicht neu. Schon in den vergangenen Jahren wusste Blatter Resolutionen wie jetzt gegen Israel zu verhindern. Und auch diesmal hofft er auf eine Beruhigung noch vor dem Kongress. Daher sucht er zunächst ein Gespräch mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, der sich wenig konkret äußert. Der Sport ist völkerverbindend. Ihn zu politisieren, könnte den Fußballverband zerstören. Sobald man den Sport einmal zum Politikum macht, wird er überall zum Politikum. Die Folge wäre die Zerstörung einer großen Institution. Von Zugeständnissen an die Palästinenser redet Netanyahu nicht. Blatter hingegen zeigt sich überzeugt, den Konflikt vor dem Kongress als Vermittler beruhigen zu können. Der israelische Fußball soll dem Fußball Palästinens helfen. Und wir sollten nach Lösungen für ein besseres Miteinander streben. Bei allen Umständen. Die Palästinenser können es als Erfolg werten, dass ihr Antrag zumindest auf die Tagesordnung der FIFA-Versammlung kommen wird. Die Erfolgsaussichten jedoch sind minimal. Erst einmal in der Geschichte wurde ein Land ausgeschlossen. Südafrika auf dem Höhepunkt der Apartheid. Möglich allerdings ist, dass es zu Sanktionen gegen Israel kommt.